Willkommen zurück im Cast Trawler Studio. Heute mit Amira und Merlin, die uns über die Mundhalle berichten werden. Viel Spaß! Hallo, ich bin Amira. Ich studiere Kunst und Design an der HW in Hamburg. Wir stellen euch heute ein bisschen was über das Projekt Mundhalle vor, in dem wir beide sind und was wir in der Zeit der Zwischennutzung mitgenommen haben und was wir in Zukunft vorhaben. Ich bin Merlin, ich studiere auch Kunst an der HFBK in Hamburg. Genau. Wir fangen einfach mal an. Erstmal erzählen wir euch, wie unser Projekt zustande gekommen ist, was wir eigentlich machen und wer wir sind. 2018 hat eine Gruppe Künstlerinnen und Künstler und ein Tischler-Duo in Rotenburgsort die Halle eines ehemaligen Speditionsunternehmen zur Zwischennutzung gemietet. Eben als Gruppenatelier, Werkstatt und Ausstellungsraum. Die Zwischennutzung sollte eigentlich zwölf Monate gehen, allerdings mussten wir schon nach neun Monaten raus, da das Grundstück an einen Investor verkauft wurde. Das sieht man hier rechts auf dem Bild. Dann hat uns das Stadtplanungsbüro, das uns das Objekt zur Zwischennutzung vermietet hat, vorgeschlagen, wir könnten auch in die Halle direkt gegenüber ziehen, weil eben dieser ganze Block eigentlich von diesem Büro verwaltet wurde, in der Zeit, in der es noch nicht bebaut wird. Die andere Halle wäre aber sehr, sehr viel größer gewesen und wir sind ja nur eine relativ kleine Gruppe gewesen, aber Felix und Joral, die zwei Tischler, sind dann das Risiko eingegangen, den Hauptmieter zu machen und haben dann eben versucht, die Halle zu füllen. Das ist uns erstaunlicherweise innerhalb von kürzester Zeit auch gelungen und von zwei Wochen waren die Flächen voll. Genau, ich erzähle euch jetzt so ein bisschen was darüber, wie die Halle so, in die wir dann alle zusammengezogen sind, so beschaffen war. Genau, also wir waren hier auch für eine Zwischennutzung von zwei Jahren jetzt und es ist halt eben eine Kalthalle tatsächlich und aus Wellblech und mit Pflastersteinboden. Also relativ roughes Terrain zum Arbeiten. Und ja, es hat halt, die Halle hat zwei Schwerlastkräne, mit denen man große Gegenstände, irgendwie Container und der weiteren durch die Halle fahren kann und zwei Rolltore auf den beiden Zufahrtsseiten, durch die man halt auch riesige, diese riesigen Gegenstände reinfahren kann, so. Genau und ansonsten eben eine Freifläche und auch neben der 1800 Quadratmeter großen Halle eine 200 Quadratmeter große Büroflächen, also ein Haus noch nebendran, sieht man auch auf dem Bild oben links, sehr klein. Genau und wir haben uns dann vor Ort mit allen zusammen eine Infrastruktur aufgebaut, so zum Beispiel eine Gemeinschaftsküche, Büro, Gemeinschaftsbüro, ja, Bad, Duschen, alles, was man auch so zum Arbeiten braucht, aber eben auch Freifläche mit Feuerschale und einer Dachterrasse und so halt einfach die Arbeitsqualität auch zu steigern und einen Mehrwert, einen gemeinschaftlichen Mehrwert und auch Sozialflächen zu haben, ja genau, um sich gemeinsam zu vernetzen und auch von anderen zu lernen und so halt für alle ein besseres, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, ja. Ja, es war wirklich ein wunderbarer Ort, ich erzähle euch jetzt so ein bisschen was über die Menschen, die dort gearbeitet haben, eben durch die verschiedenen Formen von Raum, die wir dort hatten, sprich Halle, Büro und so weiter, konnten eben die verschiedensten Leute gut dort arbeiten, sprich hier wurde mit Metall gearbeitet, hier gibt es eine Tischlerei, aber es gab auch Maler, Designerinnen, ja, wirklich quer durch die Bank, Elektronik, Tapeten und ja, das ist halt in diesem Format von der Zwischennutzung möglich, da wir durch einen sehr geringen Quadratmeterpreis Leuten auch für einen niedrigen Preis eine Fläche bieten konnten, die sie nutzen können, in einem größten Format, dass man eben auch mal in einem größeren Format denken kann und arbeiten kann und dadurch, dass wir eben so eine gemischte Gruppe sind, kamen so viele verschiedene Werke zusammen und es ist eine wahnsinnige Dynamik entstanden, die ich so noch nicht gesehen hatte, es war wirklich großartig zum Arbeiten und es ist wirklich eine Gruppe toller, talentierte Menschen. Ja, diese paradiesische Zeit ist jetzt leider an diesem Ort zu Ende. Hier sieht man Robert, der den Hof zusammenfegt und mit unseren Buchstaben, die das Brutal End gesetzt hat. Die Buchstaben, die auf der Halle waren. Ja, und als nächstes wollen wir euch so ein bisschen die Problematik, warum das ist oder was so die stadtpolitische Problematik an diesem ganzen Thema ist. Wir haben das jetzt mal versucht, so die Punkte, die für uns relevant sind, herauszukratzen und haben das jetzt natürlich stark verkürzt hier dargestellt. Das ist ein Thema, mit dem könnte man ganze Kongresse füllen, dass was auch passiert. Aber wir wollen euch jetzt trotzdem mal die Problematik kurz darlegen. Genau, also wie wir halt auch durch die letzte Zwischennutzung herausgefunden haben, es gibt einfach sehr, sehr großen Bedarf an Arbeitsraum in Hamburg, auch generell, nicht nur hier in Hamburg, besonders eben in der Kreativkultur- und Handwerksbranche ist es da sozusagen sehr rare Ware, besonders für kleinere Unternehmen oder eben selbstständig Arbeitende ist es halt wirklich ziemlich schwer, so welche Räume zu finden oder es gibt eigentlich genügend für alle, die in der Branche halt sind, dass dadurch, dass man halt in der Selbstständigkeit einfach seinen eigenen Arbeitsraum auch finanzieren, finden, irgendwie seine Ressourcen zusammenkarren muss. Es ist halt eben, sieht man sich da einfach in einer sehr präkeren Situation auch dann oft gezwungen, keine Ahnung, nach draußen zu zwizien mit seinem kleinen Betrieb oder so und halt sehr lange Anfahrtswege dafür zu haben. Genau, außerdem, ja, das habe ich im Grunde auch gerade schon gesagt, so zentraler, finanzierbarer Arbeitsraum wird eben halt eben nicht zur Verfügung gestellt von der Stadt und besonders in der Kultur- und Kunst-Kreativbranche ist es halt auch nötig, sich dann also dann halt eben auf Förderung zurückzugreifen. Diese sind allerdings auch sehr schwer zu erreichen manchmal und auch beziehungsweise also mit sehr großem Aufwand verbunden und ja, und trotzdem auch einfach, also sind die Töpfe einfach nicht groß genug, also um allen irgendwie ausreichend zu helfen, so und das ist natürlich ein großes Problem. Genau, die Alternative ist halt eben die, die wir jetzt auch die letzten zwei Jahre so gefahren haben und auch davor von einer Zwischennutzung zur nächsten Zwischennutzung zu ziehen und dann wieder zur nächsten Zwischennutzung zu ziehen und ja, das ist eben ein großer Struggle. Man kann sich halt nicht permanent mal irgendwo so, also planen langfristig irgendwie, ist halt schwierig und man muss immer wieder neue Strukturen aufbauen und auch neue Orte suchen und das ist halt ein sehr großer Zeitaufwand. Also ja, das geht so. Genau, so ein Umzug kostet auch immer wahnsinnig viel Energie und auch Geld. Auf jeden Fall. Genau, der Zugang zu den Räumen ist halt eben auch mit sehr großen Hürden verbunden. Also ja, zu allererster Stelle natürlich auch die Hürden, die man im Wohnungsmarkt sieht. So, es gibt einfach keine, also Vermieter haben einfach keinen Bock auf Leute mit keinem stabilen Einkommen irgendwie und eine Absicherung praktisch und natürlich, obviously, der Quadratmeterpreis ist für viele eben einfach an dieser Stelle halt so zu hoch und steigt natürlich auch stetig an und ja, was wir auch noch sagen wollten, dass viele Frechen werden halt auch einfach für Spekulationen freigehalten. Also ja, Leerstand ist eben auch ein großes Problem und das Verständnis für nicht profitgetriebene Nutzungen und selbstgemachte Stadtteilarbeit ist halt auch, also sehr gering, nur wird das halt anerkannt so oder auch wertgeschätzt oder der Mehrwert daran praktisch von der Stadt auch so erkannt. Ja, genau, oder vielleicht einfach, es dauert einfach auch sehr lang, bis das halt passiert. So, das ist nicht, keine Selbstverständlichkeit. Die Rechte sind, was das angeht, halt auch nicht gerade vorteilhaft so. Und was wir halt damit meinen, ist auch so ein bisschen so, also wir bieten ja lokale Kultur- und Kunstveranstaltungen an und produzieren auch lokale Produkte so und das wird halt nicht so richtig, ja, das wird halt nicht so richtig gesehen, dass das halt natürlich keine richtig profitable Sache ist, aber halt einen großen Mehrwert für den Stadtteil, die Nachbarschaft und so bringt. Sprich, wenn man irgendwie zu einem potenziellen Vermieter, zu einem Vermieter oder Vermieter hingeht und sagt, ja, wir würden gerne deine Halle mieten, aber wir können dir jetzt nicht das ganze Geld geben, aber wir leisten doch Kulturarbeit und wir haben auf jeden Fall einen Mehrwert für den Stadtteil. Das ist ja auch was wert, dann wird einem der Vorgang gezeigt. Ja, und um geeigneten Leerstand bespielen zu dürfen, sind eben massive stadtpolitische Aufwände zum Teil nötig. Ja, dauert einfach sehr lange, sehr viele langwierige politische Abläufe irgendwie, die da involviert sind. Und wenn man das dann wirklich final umsetzen will, dann ist das halt tatsächlich erst mal so eine Lebensaufgabe, auch auf eine Art, die man natürlich auch an andere Menschen übergeben kann, die dann den Platz auch nehmen, aber trotzdem ist das eine sehr langwierige Sache und die Chancen stehen eben leider sehr gering, dass es klappt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir im Kapitalismus leben. Surprise! Ja, und ganz konkret auch an der neoliberalen Umstrukturierung und unternehmerischen Politik der Stadt, also dass eine Stadt natürlich betrieben Unternehmen, Vorzug gewährt, die eben viel abwerfen und entsprechend viel Steuer zahlen und somit eben Konkurrenz um den Platz in der Stadt sehr hoch ansetzt. Wir sehen, dass das urbane Leben auch dann zusehends zur Ware eben gemacht wird. Also es ist nicht nur, dass die Dienstleistungen und Produkte und die zur Ware werden, sondern das Leben in der Stadt selber. Sprich, wenn du dort daran teilnehmen willst, musst du eigentlich den Preis in Form von der hohen Miete, die du dort zahlst, leisten können. Und das hat dann praktisch den Preis. In dem Sinne werden viele informelle Räume verdrängt und es gibt kaum noch öffentliche Orte ohne Konsumzwang. Man sieht, die Innenstadt ist nachts leer. Das ist nämlich kein Ort, an dem man sich einfach so aufhält, an dem man verweilt, sondern dort ist man eigentlich nur, um zu konsumieren. Genau, damit gehen einher, dass es starke Verluste gibt für die Bevölkerungsgruppen, die eben das nicht leisten können und die an den Rand gedrängt werden. Sprich, die könnten nicht mehr Teil des Stadtlebens sein. Genauso werden lokale Dienstleistungen und Produktionen auch verdrängt. Die haben dann entsprechend wieder weite Anfahrtszeiten in ihrer Stadt zu ihren Kunden und können auch nicht ein gutes Verhältnis irgendwie aufbauen oder pflegen. Ich gehe jetzt nochmal auf unsere politischen Ziele und konkreten Forderungen ein. Ja, wir wünschen uns auf jeden Fall ein anderes Verhältnis von Stadt und Arbeit. Und ja, das bedeutet halt nicht nur das Aufenthaltsrecht in der Stadt, also so als irgendwie, ich kann, ich darf mieten und ich darf irgendwie zur Arbeit fahren und dann zum Supermarkt fahren und darf da dann meine Sachen einkaufen, sondern ein anderes so transformiertes und erneuertes Recht auf städtisches Leben. Also die Stadt wirklich als Lebensraum nutzen zu können und auch Qualitäten selbst und auch mit anderen zusammen dort so, ja, ausschöpfen zu können und halt auch sich irgendwie zu verwirklichen. Und ja, die Qualität eben des menschlichen Zusammenlebens, das habe ich gerade schon gesagt, genau, also auch die Arbeitsqualität und Begegnungen und Synergien am Arbeitsplatz halt auch erfahren zu können, so um diesen Mehrwert, das habe ich auch gerade schon mal gesagt, genau, außerdem eben ungleiche Macht- und Ressourcenverteilung in kapitalistisch verfassten liberalen Demokratien hinterfragen und überwinden wollen, so. Eines unserer Ziele auch, ich denke, wenn mir das reichen, ja genau, mehr Recht auf Partizipation und Teilhabe einfordern, genau, also wir wünschen uns auch, mitwirken zu dürfen. Ja, genau, das war jetzt mal unsere verkürzte Kapitalismuskritik, aber nichtsdestotrotz ist das weniger richtig, aber man müsste sich natürlich sehr viel mehr Zeit nehmen, um da in die Tiefe zu gehen. Jetzt als nächstes erzählen wir euch, was bisher geschah, wie sich die letzten zwei Jahre gestaltet haben und in welchem Stand wir gerade sind. Im Januar 2019 sind wir dann bei Albert Mund eingezogen. Wie auf dem Bild schon gesehen, war das dann eine sehr viel größere Halle. Wir konnten diese aber dann aber in zwei Wochen füllen, was erstaunlich war und uns gezeigt hat, was für ein Bedarf tatsächlich existiert. Dort sind verschiedenste Werkstätten und Büros und Arbeitsplätze entstanden. Es wurde sehr schnell zu einem sehr belebten Ort. Der erste Sommer war auch großartig dort. Im Winter ist es halt brutal kalt, aber dann gilt eben, die Arbeit ist die wärmste Jacke. Ja, nachdem wir uns dann auch in der Halle eingefunden hatten und auch schon ein bisschen dort gearbeitet haben und auch eben diesen Mehrwert selber sehr stark erkannt hatten von der Zusammenarbeit, haben wir im September 2019 den Tag der Offen- und Rolltore veranstaltet, um praktisch, also um vor allem eben Nachbarschaft und andere Initiativen und Projekte einzuladen, sich das Projekt anzugucken und zu schauen, was wir in der Halle machen. Es gab auch eine Ausstellung, Musik und ja, irgendwie auch ein Gespräch mit dem Stadtteilrat von Rotenburgsort und viele Leute, ja auch vor allem aus der Umgebung, sind halt gekommen. Daraufhin haben wir dann im Dezember auch nochmal eine Veranstaltung gemacht und zwar den Wintermund-Bazaar. Hier war es auch wieder eigentlich genau der gleiche Grund. Wir wollten Leute einladen und auch teilhaben lassen an dem Projekt und dass man einfach reingucken kann, was passiert. Da gab es dann halt auch einen Flohmarkt, konnten auch alle teilnehmen. Es gab ein Schauspiel über die Geschichte der Mundhalle und wie wir da hingekommen sind von den mundheilen Leuten und das war sehr lustig. Und ja, auch wieder Musik, auch eine Ausstellung und Performances und ja, Essen und Heißgetränke. Genau, es ging auch darum, einfach wirklich mit dem Stadtteil zu interagieren. Die Nachbarschaft in Rotenburgsort hat uns wirklich sehr gut gefallen. Es ist wirklich schade, dass das jetzt zu Ende ist und man hat auch einfach gesehen, dass sowas sehr gut funktioniert. Also dass man eben Arbeiten und Leben an einem Ort sehr gut sich verbinden lässt und ja, das geht. Im April war dann klar, dass Ende 2020 unser Zwischennutzungsvertrag auslaufen wird. Also ursprünglich gingen eigentlich nur zwölf Monate, aber dann wurde es ein bisschen verlängert, aber dann hieß es, okay, definitiv Ende November müsst ihr jetzt raus. Wir hatten auf jeden Fall schon den Wunsch formuliert, intern, dass wir als Gruppe zusammenbleiben wollen, dass wir diese Dynamik nicht aufgeben wollen und uns nicht wieder aufteilen müssen, weil jetzt eben wir raus müssen und die Zeit zu Ende ist, sondern wir wollen dafür kämpfen, dass sowas sich etablieren kann. Wir haben uns entschlossen, eine Genossenschaft zu gründen. Eine Genossenschaft ist einfach, kurz erklärt, einfach eine Interessengemeinschaft, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, dafür ihre Mittel zusammenlegt, um das zu erreichen. Ähnlich wie eine Baugenossenschaft, die Geld zusammenlegt, ihre Mittel zusammenlegt, um eine Sicherheit bilden zu können, um ein Kapital anzulegen, mit dem man dann einen Kredit bekommt, um bauen zu können, wollen wir eben ultimativ ein Objekt kaufen und vermieten. Habe ich dazu noch was vergessen? Ne, gut. Ja, um das zu erreichen, haben wir verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Natürlich einerseits Leute, die sich um die Genossenschaftsgründung kümmern, wie man sowas macht, also das ist auch kein Pappenstil. Da hat uns zum Beispiel die Fuchs-EG sehr stark geholfen, die einen ähnlichen Prozess durchlaufen hatte. Es gab Leute, die haben sich mit der Immobilien-Suche intensiv beschäftigt, jeden Tag den Immobilienmarkt abgegrast, abgescannt. Wir haben auch viele Hallen kontaktiert und besichtigt. Und dann gab es natürlich auch noch, war sehr viel Öffentlichkeitsarbeit nötig. Wie gesagt, der Stadtteil des Rats hatte sich ja eh schon bei uns getroffen. Aber das war jetzt mehr Rutenburgs Ort. Aber wir haben eben mit lokalen Politikern gesprochen, mit anderen Initiativen und anderen Gruppen, denen es ähnlich geht, um auf uns aufmerksam zu machen. Genau, in dem Zuge haben wir auch eine Aktion geplant und umgesetzt, unter dem Motto, so können wir nicht arbeiten. Und haben dann da auch mobilisiert im Stadtteil. Also ich sage mal Stadtteil, aber natürlich in ganz Hamburg auch. Aber ja, besonders natürlich bei gleichgesinnten Leuten kam das sehr gut an. Und im Endeffekt sind im September daraufhin dann über 300 Leute gekommen und haben mit uns die riesig großen Pappwerkzeuge, die wir dafür gebastelt haben, durch die Straßen getragen und für bezahlbaren Arbeitsraum mit uns zusammen protestiert. Und wir sind während der Aktion durch Rotenburgs Orden Hammerbrook gelaufen und haben halt verschiedene Initiativen und Projekte besucht. Und diese haben halt auch Kurzvorträge gehalten. Das war wirklich sehr nice. Und ja, außerdem haben wir ja noch mal so ein bisschen ein paar Pressebeiträge aufgezeigt, die dann dabei rausgekommen sind. Also auch von der Aktion, so können wir nicht arbeiten. Und der neueste Artikel, der dann noch mal im November rausgekommen ist bei der Mopo, der uns hier so zeigt, Korbmacher und KI-Tüftler suchen ein neues Zuhause. Super Headline. Nein, aber jedenfalls, genau, war das noch mal so ein bisschen der letzte dringliche Aufruf so. Wir haben immer noch keine Halle und wir müssen Ende November raus. Genau. Im Oktober ging die Genossenschaft dann offiziell in Gründung. Das heißt, wir sind als Genossenschaft jetzt schon handlungsfähig, aber müssen uns immer noch in Gründung nennen. Das heißt, uns besteht jetzt noch ein dreimonatiger Prüfprozess vor. Bis wir einfach eine gegründete Genossenschaft sind. Ja, wir haben uns viele Objekte angeschaut und viel mit anderen Leuten verhandelt, aber noch nichts Passendes gefunden gehabt. Im November kam Ellen Blumenstein auf uns zu. Das ist die Kulturbeauftragte der HafenCity GmbH. Die hat uns angeboten, wir könnten in das ehemalige HafenCityCruiseCenter ziehen am Grasbrook. Genau, und wir haben angefangen, mit den Leuten zu verhandeln und es wurde dann immer klarer, dass es das eigentlich auch werden wird. Was bei der Halle der Fall ist, dass eben und generell bei so einem Umzug passiert, einfach bei so einer Gruppe ist, dass nicht alle Leute mitziehen wollen oder können. Wir kommen jetzt aus einer Zwischennutzung mit einem super geringen Quadratmeterpreis. Jetzt werden wir mehr oder weniger offiziell, wir werden eine Genossenschaft. Okay, wir gehen auch in eine Zwischennutzung, sprich, es könnte natürlich auch günstiger sein. Ist das jetzt in dem Fall, ist das auf jeden Fall teurer. Das ist schon mal ein Aus für viele Leute. Plus, das ist jetzt einfach nur eine Halle und eben die Büroräumlichkeiten fehlen. Wir müssen Infrastruktur selber reinbauen. Genau, und das heißt dann auch für viele Leute, okay, so kann ich das nicht nutzen. Ja. Genau, außerdem kommt natürlich auch nochmal die Hürde dazu, dass wenn man in eine Genossenschaft dann eintritt, dann hat man ja halt auch die Kündigungsfrist von zwei Jahren. Und für viele Leute ist es halt auch einfach so, dass ich jetzt langfristig für sie keinen Sinn mache, weil sie zum Beispiel wegziehen wollen. Aber halt für andere ist es halt so, zwei Jahre Zwischennutzung ist für sie zu kurz. Also man muss aber dabei sagen, trotzdem sind halt aus der Halle jetzt 30 Leute, trotzdem mit dabei, die aus der alten Halle waren. Und es ist immerhin natürlich, muss man es positiv sehen, der Vorteil, dass sich jetzt nicht das Projekt zu Ende ist und einfach alle Leute sich in alle Himmelsrichtungen verstreuen, sondern wir natürlich halt crazierweise so zusammen in dieses Cruise Center ziehen können. Ja, das haben wir vielleicht nicht gesagt, dass nutzende Mitglieder bei der Genossenschaft eben eine gewisse Anzahl an Anteilen kaufen müssen, um nutzendes Mitglied zu sein. Genau, und das ist halt auch nochmal so ein Betrag, den es zu stemmen gilt. Ja, im Dezember, jetzt, haben wir den Vertrag unterschrieben. Wir ziehen praktisch gerade um, jetzt ist gerade Mitte, Ende Dezember. Und der Umzug kann beginnen. Genau, ja, also wir haben diesen Umzug auch sehr, sehr lange geplant, also eigentlich schon aus dem November heraus. Und, ja, es ist wirklich ein unglaublicher Umzug, das muss man sich erst mal vorstellen, mit so, ja, keine Ahnung, so 30, 40 Leuten oder es sind ja noch viel mehr Leute in der Halle gewesen, so als 30, die jetzt irgendwie mitkommen, diese ganze Halle leer zu kriegen wieder. 1800 Quadratmeter, 200 Quadratmeter Bürofläche. Und wir haben halt alle gemeinsam für die Hafencity, also für das HCH, ein Nutzungskonzept ausgearbeitet mit allen Leuten, um dort halt auf alle Bedürfnisse aller Leute auch eingehen zu können und, ja, einfach die Infrastruktur, dass die auch allen dann zugutekommen kann und werden das da auch zusammen jetzt in Zukunft so umsetzen, wie wir es geplant haben. Ja, so far so good. Ach ja, genau. Die Zwischennutzung in der Hafencity wollen wir jetzt wie folgt nutzen. Es werden 24 Monate sein und wir finanzieren ironischerweise damit den Abriss dieser Halle. Wir wollen natürlich weiterhin auf die Problematik aufmerksam machen, dass solcher Arbeitsraum super rar ist und viel zu teuer ist und das für viele Leute einfach kein Arbeiten in der Stadt Hamburg möglich macht. Alle hauen dann nach Berlin ab und sind da auch nicht erfolgreich. Wir wollen uns den Ort aneignen und die Hafencity für alle nutzbar machen. Das heißt, wir wollen auch ein Raum für Kunst- und Kulturveranstaltungen sein. Die Hafencity hat sich einen kleinen Bereich in der Halle reserviert, um dort auch Kulturprogramm zu machen. Ja, wir werden sehen. Wir wollen eine handlungsfähige Genossenschaft aufbauen, sprich Anteile verkaufen und gut vernetzen. Wir wollen natürlich weiterhin den Arbeitsraum anbieten für unsere nutzenden Mitglieder. Wir wollen weiterhin interdisziplinar arbeiten. Das ist wirklich eine Sache, die ich nicht missen möchte. Wir wollen ein Ort der Gemeinschaft und der Zusammenarbeit und der Vernetzung sein. Und wir wollen unseren Diversitätsanspruch ausarbeiten. Wir sind eine relativ große Gruppe und theoretisch kann sich auch jeder bei uns beteiligen. Nur wir sind leider schon auch eine ziemlich homogene Gruppe. In Klammern weiß. Und wir würden das auch gerne ändern. Jetzt bei dem Einzug der neuen Halle, wo eben auch neue Flächen frei waren, dadurch, dass ein paar Leute nicht mitgezogen sind, hätten wir auch gerne uns mehr Zeit für einen Auswahlprozess genommen. Allerdings, um die Fläche zu füllen, mussten wir jetzt jede Person nehmen. Das sind auch gute Leute, so ist das nicht. Aber wir wollen gerne in Zukunft das stärker berücksichtigen. Des Weiteren wollen wir natürlich Förderung beantragen, um das weiter hier zu ermöglichen und günstiger zu machen. Genau, ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen auf unsere langfristigen, praktischen Ziele ein mit der Gruppe. Das haben wir ja schon erzählt, Kauf einer Immobilie. Tatsächlich günstigen und zentralen und eben auch unbefristeten Arbeitsraum anbieten können. Diesen Anspruch auf Diversität und Inklusion auch in die Tat umsetzen. Und das Fördern von Handwerk, Kreativwirtschaft und Kunst weiter vorantreiben und zum Beispiel auch Sachen wie Residency-Programm oder so ins Leben rufen. Ökologisches und nachhaltiges Handeln. Very important. Und weiterhin Stadtteilfeste, Nachbarschaftsentwicklung und Workshops in verschiedenen Bereichen anbieten. Und natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit eben weiter vorantreiben und weiter daran arbeiten, dass wir irgendwann mal eben diese Arbeitsplätze auch für noch viel mehr Leute kriegen als für nur unser Projekt. Ja, und die Vernetzung mit ähnlichen und gleichgesinnten Projekten auch vorantreiben, was wir jetzt hier hoffentlich auch anstoßen können durch den Vortrag. Und das war's schon von uns. Ja, genau, wir kommen zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse. Auf dem Bild seht ihr, wo ihr uns in Zukunft finden werdet. Wahnsinnig schöne Postkartenansicht. Wie schon gesagt, wir sind, die Fläche ist jetzt eigentlich vermietet, also voll, aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn ihr euch bei uns bewerbt, falls ihr Interesse oder eine Fläche benötigt. Einfach dadurch, es kann bei uns manchmal Fluktuationen geben, aber wir wollen auch einfach weiterhin Informationen bekommen, wie viel denn eigentlich, wie viel Bedarf es eigentlich gibt und für was genau es Bedarf gibt. Sodass wir auch für die Zukunft, in der wir dann ein Objekt kaufen wollen, auch die Größenordnung schon mitdenken können. Genau, bewerbt euch gerne unter bewerbung.mundhalle.de. Wir würden uns sehr freuen. Denn es gibt halt auch Objekte mit, ja, 10.000 oder 20.000 Quadratmeter. Also vielleicht können wir da was machen. Was ich noch vergessen habe, ist, man kann bei uns natürlich nutzendes Mitglied sein, aber man kann auch Fördermitglied sein. Das heißt, Anteile kaufen bei uns. Das kommt dann der Genossenschaft zugute. Das Geld ist nicht weg, sondern das wird angelegt. Wir können dann mit diesem Geld arbeiten und das kann man auch immer jederzeit zurückbekommen. Allerdings eben mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren. Genau. Außerdem haben wir natürlich großes Interesse, auch nach dem Q&A, falls euch noch Fragen einfallen, schreibt sie uns gerne unter info-at-mundhalle.de. Und wenn ihr auch einfach generell Interesse habt, euch mit uns zu vernetzen und irgendwie, ja, genau, keine Ahnung, oder Kooperationen mit unserem Projekt zu machen, so, schreibt uns auf jeden Fall. Wir sind sehr interessiert auf eure Ideen oder eure irgendwie, ja, jedenfalls. Alles weiter findet ihr unter www.mundhalle.de und wir freuen uns, euch gleich im Q&A wiederzusehen. Alles klar, bis gleich. Ciao.